Hallo zusammen, Bitcoin hat es endlich geschafft, das alte All-Time-High von 69.000 US-Dollar zu durchbrechen und diesmal hat der Ausbruch offenbar wirklich geklappt. Von nun an sind wir im unbekannten Territorium und für einen ganz kurzen Moment zumindest gibt es niemanden mehr, der mit Bitcoin jetzt noch im Minus ist. Und damit ist auch klar, dass wenn man in diesem Zyklus erst eingestiegen ist, mit Bitcoin alleine nicht mehr reich werden kann, selbst wenn Bitcoin von hier an nochmal ein 10x machen sollte, reicht das für die meisten nicht mehr, um mit Bitcoin Multimillionär zu werden, außer natürlich man ist eh schon reich. Aber zum Glück gibt es ja noch die Altcoins und da ist bei vielen möglicherweise noch ein 100x oder sogar ein 1000x drin. Wenn man jetzt also den richtigen Altcoin findet, dann kann man ohne Problem aus ein paar hundert Dollar ein richtiges Vermögen machen und ganz ehrlich, so haben wir ja alle mal angefangen mit Krypto, nicht wahr? Und wenn du zu denen gehörst, die das aktuell versuchen, dann habe ich dieses Video für dich gemacht und ich versuche hier mal fünf wichtige Überlebenstipps zu geben, die man braucht, um im Altcoin-Markt heutzutage klarzukommen. Ich habe immerhin auch schon drei bis vier Bullenmärkte mitgemacht und in all der Zeit habe ich schon, sagen wir es mal so ganz vorsichtig, so manches Lehrgeld bezahlt. Also der erste Tipp besteht darin, dass es besser ist, die Fundamentals fürs Erste komplett zu ignorieren. Es gibt im Altcoin-Markt und vor allem jetzt in der Zeit steigender Kurse nichts, was so hinderlich ist wie kritisches Denken und Skepsis, vor allem gepaart mit betriebswirtschaftlichem Halbwissen. Also jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir mal den Orca-Token. Orca, das ist ein großer Exchange auf Solana und vor allem eine Plattform, die einem im Solana Ökosystem die besten Exchange-Preise raussucht. Ein vielversprechendes DeFi-Projekt in einem schnell wachsenden Ökosystem und tatsächlich habe ich vorgestern noch bei Crypto Banter gehört, dass dieser Token jetzt ein 10x hinlegen soll. Wenn man sich das Projekt jetzt aber mal kritisch anschaut und vor allem mit irgendwelchen klassischen Bewertungsmethoden aus dem Kapitalmarkt oder aus dem Aktienmarkt, dann kann man da tatsächlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und ganz ganz weit weglaufen. Aber das ist ein riesengroßer Fehler, den so viele vor allem in meinem Alter machen. Dieses Überkritische, was ja eigentlich nur, sagen wir mal, so was ist wie Feigheit oder zumindest mal Faulheit, sich auf eine neue Denke einzulassen. Nehmen wir doch mal eine so einfache Bewertungsmethode wie das Dividenden-Diskontierungsmodell und das ist wirklich nur eine ganz klassische Art und Weise, wie man berechnen kann, ob ein Aktienkurs zu hoch ist oder zu niedrig ist. Dabei geht es darum, dass man, wenn man die Aktie zum aktuellen Kurs kauft, dass man dann erwartet, dass die zukünftigen Dividenden den Preis der Aktie irgendwie rechtfertigen. Warum sollte man tatsächlich also auch eine Aktie kaufen, wenn man damit keinen Gewinn macht? Also ganz einfach und dahinter steckt eine Formel, die nicht so wirklich kompliziert ist und wenn man die auf Orca anwendet, dann weiß man, ob der aktuelle Kurs von 5 Dollar und 11 angemessen ist oder nicht. Und ich habe hier mal die Parameter aufgeschrieben, die ich in die Formel eingegeben habe und wenn ihr wollt, könnt ihr hier mal kurz Pause drücken, wenn ihr das einfach mal selber nachvollziehen möchtet. Jedenfalls müsste Orca nach der Methode schon in etwa 64 Millionen Dollar an Rendite pro Jahr auszahlen. Über fünf Jahre lang für die Leute, die Orca zum Beispiel staken. Und davon sind die tatsächlich im Bullenmarkt aktuell noch ziemlich weit entfernt. Der aktuelle Gewinn, also basierend jetzt auf den letzten sehr, sehr starken Monaten, läuft sich auf in etwa 8 Millionen Dollar pro Jahr, was ja ein Achtel dessen ist, was gebraucht wird. Also wäre der aktuelle Kurs tatsächlich achtfach zu teuer. Und wo soll da jetzt auch ein 10x herkommen? Und trotzdem ist es so, dass während man noch die ganzen Werte in seine Bewertungsformel einträgt und dabei ist das alles kompliziert auszurechnen, dass dann der Kurs schon wieder 5% zugelegt hat. Und da fragt man sich dann, woran das eigentlich liegt? Gelten da jetzt die alten Marktgesetze nicht mehr? Sind die alle bekloppt, die diese Tokens kaufen? Ja, und die klare Antwort darauf ist, der Grund für den Anstieg ist ganz simpel, nämlich der Token steigt, weil er bei Crypto Banter zum Beispiel gerade noch erwähnt wurde und schon alle den Token kaufen, weil sie auf das versprochene 10x warten. Und der Boomer, der sitzt da noch und überlegt, was er an dem Projekt auszusetzen hat und wieso das alles tatsächlich nicht funktionieren kann. Und das bringt mich zu Überlebenstipp Nummer 2, also Tipp Nummer 1, das ist vergiss die Fundamentals. Und Nummer 2 ist, denke wie ein Influencer. Der ganze Altcoin-Markt ist getrieben von der Attention Economy und von nichts anderem. Influencer sind in erster Linie Geschichtenerzähler und auf keinen Fall deine Coaches oder Ratgeber. Das heißt, die Stories, die müssen gut sein und das Publikum tatsächlich binden. Mehr nicht. Wenn die Story zu einem Altcoin nicht spannend ist, dann wird der Token niemals erwähnt und dann wird der Kurs auch niemals hochgehen. Das Geschäftsmodell ist dabei in erster Linie durch Affiliate-Links Geld zu verdienen und das ist tatsächlich immer das Endziel, euch als Kunden für Exchanges oder Token-Sales oder Launchpads zu gewinnen. Und dafür werden die Influencer bezahlt. Und das ist sicher auch erstmal, finde ich, so ein bisschen deprimierend, wenn der coole Ren von Crypto-Banter oder Sheldon mit seiner Sniper-School als einziges Ziel hat, euch irgendwelchen Börsen als Schlachtvieh zuzuführen. Aber das ist tatsächlich die Realität und damit müsst ihr klarkommen. Aber auch wenn das erstmal deprimierend ist, wenn man das erstmal kapiert hat, dann kann man den Spieß umdrehen und das genau für sich nutzen. Man erkennt dann an der Art und Weise, wie sie ihre Stories erzählen, ganz genau, ob es sich lohnt, in einen Altcoin zu investieren. Also erstmal ist das ja auch wirklich gut für den Kurs eines Tokens, wenn der Token auf diese Weise geschillt wird. Man sollte also jetzt tatsächlich nicht den Schluss ziehen, dass man da nur verarscht wird und besser die Finger davon lässt oder noch schlimmer, dass man jetzt in Qualität investiert. Damit wird man dann eben tatsächlich auch nicht reich. Im Gegenteil, das ist was für den Bärenmarkt. Im Bullenmarkt gibt es eigentlich drei Phasen bei einem Altcoin. Und an der Art, wie die Influencer über ein Projekt sprechen und vor allem an dem konkreten Produkt, das sie bewerben, erkennt man, wo man bei dem Projekt steht und ob man einsteigen sollte oder nicht. Die erste Phase ist die, nennen wir es mal einfach Snake Oil Phase. In der Phase hat das Projekt meistens noch keinen Token und es ist schwer da zu investieren. Meistens werden die Projekte dann ausgehend von einem aktuellen Narrativ vorgestellt, also eine neue revolutionäre Idee, die den ganzen Sektor umkrempeln wird. Und so ein Sektor, das wäre jetzt vielleicht AI oder GameFi oder Real-World Assets oder ähnliches. Und hier ist der Zeithorizont meistens Monate oder sogar Jahre. An der Stelle ist das Produkt, das der Influencer bewirbt, weniger das Projekt selber, sondern eher der Influencer, der dann seine eigene Kompetenz, sagen wir mal, etabliert. Und in der Regel hat der Influencer an der Seed-Runde teilgenommen und bewirbt das Projekt schon, weil das dann einfach der Deal ist. Er kommt in die Seed-Runde und muss dafür das Projekt eben vorstellen. Hier ist wichtig, dass man versteht, wo der Zeithorizont liegt. Denn diese Altcoins kann man erstmal komplett ignorieren, weil man da eh nicht reinkommt oder weil der Zeithorizont viel zu lang ist für den Bullenmarkt. Die zweite Phase ist dann schon spannender, da ist der Altcoin gerade auf den Markt gekommen oder der Launch steht unmittelbar bevor. Bei den Erzählungen geht es dann mehr um das tolle Team, die VCs, die in das Projekt große Summen reinstecken oder aktuell meistens tatsächlich um Air Drops. Das Produkt, das der Influencer bewirbt, das ist meistens ein Launchpad oder ein Token Sale oder eben natürlich auch die Air Drops selber. Und klar wird er dann auch bezahlt dafür, dass er das macht. Hier ist der Zeithorizont meistens ein paar Wochen oder auch seltener ein paar Monate. Und in dieser Phase sollte man wirklich noch nicht investieren, weil hier das Ziel ist, dass euer Geld und euer Kapital das Projekt ans Laufen bringt, während die Investoren selber ihr Risiko langsam runterfahren. Und erst wenn diese Phase vorbei ist, dann ist der richtige Zeitpunkt für den Einstieg gekommen. Aber auf jeden Fall dann rechtzeitig vor der Phase 3. Und die dritte Phase ist dann die spannendste. Und zwar geht es hier bei den Erzählungen um gar nichts mehr, was mit Fundamentals zu tun hat und ähnliches. Nicht um die Idee, nicht um das Team, nicht um die Produkte, weil da geht es in dieser Phase nur noch um den Preis. Die Argumente sind meistens sowas wie, wenn der Token die Market Cap von sagen wir mal Cardano hätte, dann wäre der Preis ein 10x von hier. Und das kann locker klappen bei dem Produkt, weil das Cardano überlegen ist und so weiter. Und das ist die Phase, wo der Altcoin dann schon stark etabliert ist. Man also nicht mehr erklären muss, was sagen wir mal Aptos ist oder Solana. Und das ist auch die Stunde der selbsternannten Chartanalysten. Und hier kann man wirklich sehr schön viel verdienen, weil es absolut garantiert ist, dass vor allem die großen Influencer definitiv einen Einfluss auf den Preis haben. Und nebenbei in der Phase ist das oberste Ziel für die Influencer, dass ihr vor allem Trading Produkte kauft oder über Affiliate Links auf Exchanges gelockt werdet oder in Trading Gruppen oder auch Online Kurse bucht. Und das alles macht man natürlich nicht. Man muss sich absolut klar machen, dass man am Ende der Backholder ist, wenn man da mit einer langfristigen Perspektive reingeht. Ihr müsst euch immer vor Augen führen, dass der Bullenmarkt sehr, sehr wahrscheinlich nicht zwei Jahre dauern wird. Es ist super gut möglich, dass wir im Sommer schon den Peak erleben und dass dann noch eine Altcoin Rally startet und die ist dann schneller vorbei, als man sich das vorstellen kann. Das Narrativ von dem langen Zweijahreszyklus, das ist die gefährlichste Vorstellung überhaupt, weil euch genau das zu Backholdern macht, dass die Altcoins moonen und dann ein 100 oder 1000 X machen. Das verhindert, dass man rechtzeitig rausgeht. Stattdessen müsst ihr super konsequent die Kursbewegung traden, die die Influencer selber erzeugen und auf die Narrative hören, wenn der Altcoin in die Phase 3 kommt. Also wenn es nur noch um Price Action geht, dann müsst ihr schon in eurem Trade drin sein und dann ist es zu spät noch einzusteigen. Und zum Glück ist es zwischen Phase 2 und Phase 3 meistens eine längere Zeit sehr ruhig um das Projekt und die Kurse sind dann auch eher rückläufig. Aber gleichzeitig ist es dann auch super schwer da einzusteigen, weil sich das einfach irgendwie nicht gut anfühlt und weil man dann super unsicher ist und lieber auf die Sachen setzt, die dauernd geschillt werden. Und dann sind wir auch schon bei Überlebens-Tipp Nummer 3. Niemals staken und vor allem auch keine Lockups oder Vesting oder ähnliches. Alles, wo man seine Tokens jetzt irgendwo einlegt, um dann später noch mehr zu bekommen. Finger weg! Der Zeithorizont hat sich gerade um wenige Wochen verkürzt. Da will man sowas absolut nicht in seinem Portfolio haben. Und nochmal ganz wichtig, ich spreche jetzt nicht davon, dass man niemals staken sollte oder so. Ich spreche davon, dass man mit Altcoins reich werden will. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn man zum Beispiel Ether stakt, weil man 4% Rendite auf seine Ether haben will. Und daraus ergibt sich dann auch Tipp Nummer 4. Vergiss die Haltefrist von einem Jahr. So verlockend das ist, dass man auf seine Gewinne keine Steuern zahlen muss. Wenn man die Tokens zum Beispiel ein Jahr hält, das ist bei Altcoins totaler Quatsch und verführt nur dazu, der Backholder für die anderen zu werden. Man hat einfach kein ganzes Jahr als Perspektive. Und dazu gehört leider auch, dass man sich ganz, ganz früh schon mit dem Thema Steuern befasst, weil die muss man auf jeden Fall zahlen. Es ist eine Illusion, dass das Finanzamt schon nicht dahinter kommt, wenn man in Krypto irgendwie unterwegs ist. Besorgt euch eine Steuersoftware, setzt euch damit auseinander, so früh es geht. Nach einem Jahr Altcoin Trading kommen so dermaßen viele Transaktionen auf euch zu, dass ihr niemals einen Überblick bekommen werdet. Und das ist richtig bitter, wenn man dann über die Steuern am Ende noch stolpert. So, Tipp Nummer 5 ist, traden statt hodeln, vor allem Hebel nutzen. Also nochmal, wir traden jetzt Kursbewegungen, die die großen Influencer auslösen und wir wollen nach der Phase 2 rein. Aber es wäre falsch, dann schon am Anfang von Phase 3 rauszugehen. Stattdessen muss man dann seinen Ausstieg vorbereiten und dann auch auf den richtigen Moment warten. Die meiste Price Action passiert in Phase 3 und das will man tatsächlich nicht verpassen, indem man zu früh aussteigt. Und dafür braucht man dann eben die richtigen Tools und man muss sich auch auf die richtigen Sachen konzentrieren. Und das heißt, es ist komplett überflüssig, den Token wirklich zu kaufen und in seinem Wallet zu halten. Stellt euch mal vor, sowas wie Arif oder sowas wie Sui oder Aptos, die haben ein eigenes Wallet, eine eigene Blockchain, die haben Bridges und eine eigene Staking-Lösung und was weiß ich noch. Da kann man Metamask überhaupt nicht verwenden. Man fängt da praktisch jedes Mal bei Null an. Da muss man dann irgendein Wallet installieren, rausfinden, womit man Gas bezahlt, den Token besorgen, dann hin und her bridgen. Das ist alles komplett überflüssig. Ihr wollt ja tatsächlich gar nicht das Ökosystem selber benutzen. Stattdessen braucht ihr genau ein einziges Tool, das es euch ermöglicht, den Pump in Phase 3 perfekt auszunutzen und dann den Ausstieg richtig durchzuziehen. Das ist ein Exchange wie zum Beispiel Hyperliquid oder Evo und da zahlt ihr USDC ein und könnt dann einfach nur auf steigende Kurse setzen. Ihr braucht euch hier auch nicht anzumelden mit Perso und Selfie und so weiter. Alles, was ihr braucht, ist ein Wallet wie Metamask und natürlich USDC als Kapital. Macht euch also lieber vertraut mit so grundlegenden Trading-Techniken wie ein Stop-Loss oder auch ein Take-Profit. Das ist, finde ich, sowieso das kleine 1x1 und wenn man das nicht drauf hat, dann kommt man eher unter die Räder früher oder später. Und dazu gibt es so dermaßen viele Videos alleine hier auf YouTube, dass ich mich sogar fast schämen würde, jetzt selber auch noch eins dazu zu machen. Hier bei Hyperliquid gibt es nicht nur fast alle Altcoins, die man heute so braucht. Man kann sogar Tokens traden, die noch gar nicht gelauncht sind. Die findet ihr hier unter Pre-Launch Tokens und das ist natürlich super riskant, weil kein Mensch wirklich weiß, wie der Kurs der Tokens am Ende sein wird, wenn sie dann auf den Markt kommen. Aber ich will hier auch nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Es braucht schon etwas Übung und eine ganze Menge Erfahrung bei den ganzen Tokens, die immer beworben werden, dann tatsächlich auch die richtigen zu finden und nicht alles pumpt nur, weil es bei Crypto Banter oder bei Ivan und Tech besprochen wird. Und vor allem spielt auch die Marktphase eine Rolle, in der wir uns gerade befinden. Wenn der Bullenmarkt zu Ende ist, dann wird kein einziger Altcoin mehr pumpen und alles, was ich hier erzählt habe, das funktioniert tatsächlich auch nur jetzt mitten im Bullenmarkt. Und daher ist es vor allem wichtig, dass man das Risiko drastisch reduzieren kann, wenn man mit den ganzen Tools umgeht, die ein solcher Exchange wie Hyperliquid einem bietet. Und das sind vor allem Stop Loss und Take Profit Orders. Und da sollte man sich schon die Mühe machen, das richtig zu lernen. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann nehmt doch einfach meinen Affiliate Link für Hyperliquid und Evo unten in der Videobeschreibung. Nee, war nur Spaß. Aber ich mache vielleicht wirklich mal ein Tutorial über Hyperliquid und die ganzen Sachen wie Stop Loss, Take Profit und Hebel und so weiter. Und das blende ich dann hier jetzt mal ein, wenn das rauskommt. Am besten abonniert ihr einfach mal meinen Kanal, wenn euch das interessiert und schreibt mir das dann auch mal unten in die Kommentare rein. Und jetzt erst mal viel Erfolg, alles Gute, bis bald, tschüss! Und jetzt auf Conseого, bis bald đi o physique, bis bald, tschüss! bitte Oliveira! und jetzt? Und jetzt Top Loss. . Und jetzt? Vielen Dank.